Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, der Januar ist jetzt vorbei und das heißt, so langsam kommen wir im Jahr an oder sind schon angekommen und können jetzt mal darüber reden. Ne, eigentlich alles Blödsinn, ich habe es einfach im Januar vergessen und verplant, dieses Video zu machen für das, was in der Zukunft kommen soll im Jahr 2024. 2024, es tut mir leid, jetzt haben wir schon Februar, aber es ist trotzdem noch Anfang des Jahres und deswegen können wir nochmal darüber reden, welche Sachen hier auf diesem Kanal kommen werden im Bereich Gaming und dann haben wir ja noch so ein paar andere Sachen und das gucken wir uns heute mal im Gruppen ein bisschen an. Ja, der größte und damit fangen wir auch direkt an. Der größte Bereich ist natürlich auch jetzt wieder der Gaming-Bereich, die Spiele, die kommen in Livestreams oder Videos und ich würde sagen, deswegen starten wir auch mit diesem großen Bereich, weil das für viele, denke ich, auch sehr interessant ist, welche Spiele euch da erwarten. Das Ganze übrigens ohne Gewehr, ich möchte nicht darauf festgekloppt werden, dass ich jetzt sage, okay, wir machen zum Beispiel ab April oder so das und das Spiel oder irgendwie sowas. Es kann sich alles immer nochmal verzögern, ja. Wenn ein neues Spiel nochmal rauskommt, wo ich gerade überhaupt keinen Plan von habe, dann kann das auch mal sein, dass das einfließt oder dass sich das andere verschiebt. Also haut mich nicht darauf fest, nagelt mich nicht darauf fest. Das sind so grobe Angaben, so erste Planungen, Ideen, was euch da erwartet. Und ja, dann möchte ich euch einfach ein bisschen mitnehmen und dann könnt ihr ja gerne auch mal unten in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von diesen Games, von den Dingen, die ich machen möchte. Das Ganze, ihr wisst es, ich gucke ja darauf, dass ich da auch Spaß dran habe und mache dann eben nicht nur die Sachen, die vielleicht 5 Millionen Klicks bringen, sondern eher die Sachen, die mir persönlich ja auch Spaß machen. Aber genug gelabert, ich würde sagen, wir starten mal rein. Und natürlich haben wir da die Standardspiele, so sage ich jetzt mal dazu. Das sind die, die jetzt sowieso schon laufen und die auch schon über längere Zeit laufen und so der Hauptbestandteil momentan sind. Das ist natürlich einmal der Eurotrack-Simulator. Dazu gehört alles andere, wie Truckers MP, wie Promods, wie American Truck Simulator, zählen wir da jetzt einfach auch mal mit rein. Das ist ja alles, was zur Kevin Zock Community Logistik dazu gehört. Und dazu wird es natürlich auch über das gesamte Jahr weiterhin Content geben, in Form von hauptsächlich natürlich Convoys und Livestreams. Es gibt aber sicherlich auch das ein oder andere Event, mal ein Trucker-Treffen, andere Events mit der Spedition. Ansonsten ist natürlich geplant, zu dem neuen DLC, wenn Griechenland und sowas rauskommt, dass wir da Sachen zu machen, zu neuen Updates und so. Vielleicht das ein oder andere Tutorial nochmal. Also das sind so die Standardsachen, die ja sowieso schon immer kommen und die werden natürlich weitergehen. Ein weiteres Ding, was natürlich bekannt ist, ist der LS22, unser Roleplay-Projekt mit dem Titel Feuertauf. Auch das geht natürlich weiter durchs Jahr. Wir schreiten voran. Immer Freitag sind wir da momentan dabei, auf unserem Roleplay-Server weiterzumachen, die Story voranzutreiben sozusagen. Und auch das geht natürlich weiter. Wir hatten über Weihnachten jetzt die Weihnachtspause oder die Winterpause. Gleiches gilt dann für den Sommer. Da wird es irgendwann auch eine Sommerpause zu entsprechender Zeit geben, die nochmal angekündigt wird. Und in der Sommerpause werden wir wahrscheinlich Events in LS machen, Mais häckseln, vielleicht auch Fußball oder sowas hier, Traktorball. Einfach Sachen, die dann einfach aus Fun sind und diesen RP-Gedanken verlieren, auf einer anderen Map und so. Also da freue ich mich eigentlich auch schon drauf, weil das ist nochmal ein bisschen mehr Abwechslung. Ansonsten, bevor wir jetzt gleich zu den Dingen kommen, die momentan nicht laufen und die dann wieder aufgegriffen werden sollen, die neu kommen sollen und so, haben wir natürlich noch ein Game, das momentan läuft, was vorher auch schon lief, nämlich Lego zusammen mit Dennis. Da hatten wir ja Lego the Pirates of the Caribbean. Das haben wir abgeschlossen. Und sind jetzt ja übergegangen in Lego City Undercover. Das wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Das kommt ja immer zusammen mit Dennis am Donnerstag im Livestream. Und sobald wir das abgeschlossen haben, Lego City Undercover, haben wir geplant, dass wir dann mit Lego Jurassic World weitermachen und uns das Ganze auch nochmal anschauen. Ich habe keinen Zeitplan für euch, weil ich nicht weiß, wie lange wir mit Lego City Undercover noch brauchen. Ich denke, das geht noch ein paar Monate. Also wir machen es ja nur einmal pro Woche. Das heißt, ihr wisst, viermal im Monat ist vielleicht ein Stream. Also denke ich schon, dass da noch ein paar zusammenkommen, bevor wir dann mit Lego Jurassic World weitermachen. Also ich kann es nicht mit mir verletzen, Das ist schon, wenn ich so. Ich bin so. Du bist hier. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2015 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und so lange werden wir vermutlich nichts Großartiges mehr starten. Heißt aber nicht, dass es gar nichts mehr zu City Skylands 2 geben wird. Es macht nur eine kleine Pause. Und um diese Pause ein bisschen aufzufangen, habe ich mir gedacht, dass wir nochmal ein bisschen in Transport Fever 2 reinschauen. Ich habe nämlich wieder Bock drauf. Und dann werden wir ein kleines Projekt starten. Das Ganze allerdings dieses Mal in Videoform. Und zwar möchte ich eine Stadt bauen. Beziehungsweise eine Map nehmen, wo viele Städte zu einer zusammenwachsen. Dass wir am Ende eine große Stadt haben. In der Mitte eine Stadt und drumherum halt diese ganzen Kleinstädte. Das sind dann sozusagen die Stadtteile. Und ich möchte so ein bisschen mal schauen, das ist dann so ein bisschen der City Skylines Flair da drin. Wie kann man denn den ÖPNV und den innerstädtischen Verkehr sozusagen, den wir dann bräuchten, in Transport Fever 2 umsetzen. Das Ganze soll als Videoprojekt auf dem Kanal erscheinen. Auch jetzt schon zeitnah. Das wird wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Ich muss noch einen Mod suchen. Ich muss noch eine Karte suchen und so. Und dann könnte es theoretisch damit schon losgehen. Wie gesagt, wird ein relativ kleines Projekt, denke ich, in Videoform. Aber ich habe Bock drauf, da so ein kleines Experiment mal zu starten. Weithin habe ich Richtung später im Jahr, weiß ich nicht, Sommer, Herbst, weiß ich noch nicht. Kommt ein bisschen auch auf City Skylines natürlich an. Habe ich vor, in Transport Fever noch ein weiteres Projekt zu starten. Das dann vermutlich aber im Livestream. Und zwar hatten wir ja jetzt schon Amerika. Wir hatten Normaleuropa. Wir hatten Alpien. Wir hatten Asien. Und als nächstes würde ich gerne mal nach Skandinavien gehen. Ich würde gerne mich nicht auf ein spezielles Land festlegen, sondern Norwegen, Schweden, Finnland, vielleicht dänische Züge und Sachen nutzen. Und damit einfach mal eine Map starten. Da habe ich richtig Bock drauf, weil einfach mal die Züge von da benutzen. Das ist ein bisschen Abwechslung zu den sonstigen Sachen und so. Und auch da freue ich mich drauf. Wie gesagt, das im Livestream, aber dann erst später im Jahr. Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit. Ansonsten steht auch Anno natürlich, Anno 1800 noch auf dem Plan. Ihr wisst, wir hatten da schon Sachen aufgenommen. Das sollte auch im letzten Jahr schon kommen. Aber die ganzen Videos sind gelöscht. Denn wir haben gesagt im Team, okay, wir haben so eine lange Pause. Wir sind alle raus. Und irgendwie war es auch nicht so geil, wie wir gestartet sind. Das bringen wir nicht. Das kommt so nicht, wie wir es gemacht haben. Und wir starten, wenn wir es machen, nochmal neu. Gibt aber noch keinen Termin. Es soll in diesem Jahr aber soweit sein. Wann genau, keine Ahnung. Werdet ihr auf jeden Fall erfahren. Fakt ist, das Aktuelle kommt nicht. Da habe ich die Videos auch zu gelöscht. Und wir werden das Ganze nochmal komplett neu und hoffentlich besser aufziehen. Also da müssen die Fans für Anno 1800 leider noch ein bisschen warten. Ich hoffe trotzdem, dass ihr natürlich bei den anderen Aufbauspielen dabei seid. Ansonsten gucken wir mal, was es sonst im Aufbau-Genre so noch vielleicht gibt. Das eine oder andere Spiel, was vielleicht neu kommt, wo man vielleicht mal einfach nur reinschauen kann. Mal ein, zwei Streams zu machen kann. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus dann auch was längerfristiges. Also müssen wir mal schauen. Da bin ich relativ offen für. So, und dann haben wir eigentlich ja, man kann sagen, unsere sonstiges Kiste, wo ich hier jetzt nicht so viel zu ausführen kann, sozusagen. Und zwar haben wir GTA Online. Die sollen immer mal wieder so reingestreut werden, die Streams, weil sie einfach immer richtig lustig sind. Aber kein Projekt an sich. Was sich gewünscht wurde, ist GTA Challenges, Online Challenges. Da gucken wir mal, dass wir da vielleicht das eine oder andere Video mal wieder hinkriegen. Weil ich wurde gefragt, das hat wohl der eine oder andere mal gesehen, dass ich das gemacht habe. Und vielleicht finden wir ja da die Möglichkeit, da das eine oder andere Video mal wieder zusammen aufzunehmen und dann rauszuhauen. Ansonsten ein weiteres Spiel ist Assetto Corsa Competizione. Das gab es ja eigentlich immer dienstags auf Twitch. Dann hatten wir Formel 1, dann ist das so eingeschlafen. Aber jetzt im Februar mit Update 5 soll die Nürburgring-Nordschleife ins Spiel kommen. Und ich denke, dann werden wir das auch wieder aktiver erfahren, weil da habe ich Ultra Bock drauf. Das werde ich mir holen. Und dann schauen wir mal, wie wir das umsetzen. Ob das dann wirklich auf Twitch dienstags wieder kommt oder wie auch immer, erfahrt ihr auf jeden Fall in den Streamplänen, die es ja immer auf Discord gibt oder auch im YouTube Community Tab. Alle weiteren sonstiges Spiele wie The Buzz, Microsoft Flight Simulator, SnowRunner, was da so alles noch auf der Liste stehen könnte, was wir schon mal so gemacht haben, was so einzelne Streams mal sind, wo keine zusammenhängende Story entsteht. Und die werden wir, wenn Zeit ist, immer mal mit einbringen. Da werde ich dann immer mal Tage, wo vielleicht gerade mal freier Platz ist, da werde ich die mit einbringen. Aber das sind keine planten Sachen, die kommen halt, wenn sie kommen. Und wenn sie nicht kommen, dann kommen sie nicht. So einfach ist das. Ja, alle, die nur wegen Gaming hier sind, für die wagt das jetzt. Für alle anderen geht es jetzt weiter mit einem weiteren Teil. Ihr wisst natürlich, dass die Enduro-Videos einen großen Anteil auch wieder mit ausmachen werden oder ab diesem Jahr ausmachen werden. Weil im letzten Jahr war das ja noch nicht so viel, aber dieses Jahr schon. Denn wer, beziehungsweise Tomke als Fahrer, startet beim SOC im Sächsischen Offroad Cup. Und da ist er auch schon eingeschrieben mit der Startnummer 555. Ihr könnt das Ganze abchecken hier mal auf tomke-le auf Instagram. Seinen Instagram-Account, da könnt ihr mal vorbeischauen. In der Story gibt es immer Dinge und so. Da gibt es noch ein bisschen mehr Enduro-Content als bei mir auf Instagram. Also unbedingt abchecken, tomke-le. Ja, und da wird es natürlich dann auch Content zu den Rennen und sowas geben. Natürlich auch hier auf YouTube. Wir werden die Aftermovies von den SOC-Rennen haben. Wir werden Vlogs haben. Wir werden bestimmt andere Videos haben. Wir werden andere Rennveranstaltungen außerhalb vom SOC-Rennen über das Jahr verteilt. Und ja, da freue ich mich einfach drauf, da mit am Start zu sein. Ihr könnt euch, glaube ich, auch drauf freuen. Wird ziemlich cool. Und das sind eben dann auch die Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich gerne auch zu den Rennen kommen. Termine findet ihr natürlich zum SOC auf der SOC-Seite. Und zu den anderen Rennen, wie gesagt, wo wir sein sollten, da wird es dann natürlich Ankündigungen zu auch geben. Fest steht am 2.3., das ist nicht mehr lange hin, da ist SOC-Training. Da sind wir dabei, da trainiert Tomke ein bisschen. Ich werde das auf jeden Fall auch begleiten mit der Kamera. Und dann das erste SOC-Rennen findet am 13. April in Torgau statt. Wer also Bock hat, kann da gerne hinkommen. Oder guckt sich am Ende halt einfach die Videos dazu an. Das Ganze, was ich jetzt hier erzähle, übrigens, meistens Videos, Livestreams, wird das dazu eher nicht zu geben. Zumindest jetzt, zum jetzigen Stand nicht. Und wie gesagt, die weiteren SOC-Termine könnt ihr gerne auf der Website vom SOC entnehmen. Oder ihr seid halt sehr spontan und guckt dann halt einfach. Wir werden sie sicherlich auf Discord oder Instagram auch so ein bisschen ankündigen. Weitere Veranstaltungen sind möglicherweise natürlich, wenn ich mal im Urlaub bin, ein Vlog oder so. Also das ist jetzt nicht festgelegt. Vielleicht auch ein Messebesuch, Gamescom, keine Ahnung, bin ich vielleicht. Steht noch nicht fest. Könnte ich mir durchaus vorstellen, vielleicht da dieses Jahr dann doch mal hinzugehen. Aber wie gesagt, steht nicht hundertprozentig fest. Ansonsten gibt es noch weitere Renn- und Sportveranstaltungen wie DTM, Nesca, 24 Stunden, Torg-Romri, generell vielleicht mal ein Torg-Treffen oder so. Also es gibt eine Vielzahl an Sachen. DTM steht fest. Da bin ich in Oschersleben. Ansonsten müssen wir mal schauen. Das ist so ein bisschen spontaner gehalten. Wenn, vielleicht gibt es da mal das ein oder andere Video zu. Und wenn nicht, dann nicht. Und zusätzlich noch ein Punkt, Smallland.miniatur. Mein zweiter Kanal sozusagen. Alles rund um Modellbahnen oder um meine Modellbahnen, um Modellbau. Auch um Messebesuche. Auch dort wird es vielleicht das ein oder andere Video mal geben, was es dann eben nicht hier bei Kevin Zock gibt, sondern drüben bei Smallland.miniatur. Gerne mal abchecken. Wie gesagt, vielleicht das ein oder andere Video auch. Wir hatten ja zum Beispiel vom Messebesuch in Dresden das, von der Intermodellbau und so. Euch könnt ihr mir vorstellen, dass sowas dieses Jahr auch wieder ansteht. Also unbedingt mal abchecken. Smallland.miniatur. Ja, das war es dann mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, euch gefällt der Inhalt dann so, auch wenn es jetzt wieder ein bisschen länger geworden ist. Aber es waren auch viele Informationen, viele Spiele und so, die man einfach mal ganz kurz ansprechen musste. Ich hoffe, wie gesagt, es ist was dabei. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, auf was ihr euch freut. Ob es vielleicht eine Sache gibt, die ich vielleicht ausgelassen habe, dann kann ich die nochmal mit einplanen. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, auf einzelne Sachen. Also ich habe ja jetzt kaum Daten oder so genannt zu den Spielen, einfach nur was so geplant ist. Da müsst ihr einfach dranbleiben. Das werde ich im Community-Tab auf Discord und so. Da werde ich immer natürlich mitteilen und in den Streamplänen, wann was kommt. Seid ihr einfach aktiv dabei, dann seht ihr das. Und vielleicht wird es ja im Laufe des Jahres nochmal so eine kleine Anpassung geben, so ein kleines Anpassungsvideo oder so. Schauen wir mal. Ich freue mich drauf auf die Games, die da so anstehen und natürlich auf den S&C und so weiter. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich freue mich drauf, euch in den Streams oder Videos zu sehen. Bis dann, euer Kevin Soft. Bye, bye.